Hallihallo liebe Kunden, seid ihr noch auf der Suche nach dem absoluten Hitgeschenk für eure Kids? Sowieso wir Ravensburger, ich meine wir sind auch keine Freunde von Waffen, aber diese Armbrust von Capola ist ein absolutes Muss. Sicherheitsfaktor sehr sehr gut gegeben, weil es ist einfach so, ich kann hier momentan nicht drücken ohne dass der Sicherheitspfeil nicht drin ist und es ist wirklich ein kurzer Pfeil, das ist ganz ganz wichtig, mit einem Saugnapf. So, ich mache hier jetzt mal, zack, ich habe das gespürt, aber das hat nicht weh getan. Wir haben diese Armbrust wirklich schon im Kindergarten oft drin, die gibt es nämlich in klein und in groß, absolut robust, massives Holz, auch dieser Bogen oder die Sehne, wir brauchen sie zwar nie, aber wenn, wir haben auch tatsächlich dafür Ersatzteile da und das ist wirklich ein Spielzeug, das wird niemals langweilig. Die Kids werden, das ist nicht wie so das typische Ding, ich fange was an, spiel es ein paar Wochen und dann lege ich es weg. Die Armbrust wird immer wieder rausgezogen, ich garantiere euch das. Ich habe auch ganz viel begeisterte Vetter, die kaufen die Armbrust wahrscheinlich eher sich wie die Kinder. Die kommt in klein und in groß mit im Dreierpack mit drei Pfeile und Zielscheibe und es ist wirklich so, ihr könnt Joghurtbecher aufstellen mit verschiedenen Punkten. Ihr könnt Ü-Eierfiguren aufstellen und Dominosteine und die dann so einzeln wie bei der Losbude abschießen. So, ich zeige euch das mal, ich hoffe die Scheibe ist jetzt nicht zu kalt und es bleibt schön beppen. Ich gehe leicht über das weiße Schild, das ist jetzt mal mein Ziel. Schauen wir mal, ich habe hier auch eine Zielfunktion, sie ist absolut präzise in der Regel. Ja! So, einmal und ich zeige euch auch, dass es kein Zufall ist. Wie gesagt, wenn die Scheibe nicht so kalt ist, hebt er auch noch länger. Ja, leicht drüber, vielleicht doch ein leichter Zufall. Alles gut, also sie ist sehr präzise, macht richtig blau, ne? Wir machen noch einen, diesmal ein bisschen weiter runter. Jawoll! Supergeil! Ihr könnt auch mit jedem Bilderrahmen ein eigenes Ziel malen und auf dem Bilderrahmen ist er wie Glas, hält, halten die Pfeile super gut und perfekt. Pfeile haben wir auch als Ersatz, schön verpackt. Ich sage mal, die Kleine ist ab 4 Jahre bis 8 Jahre, aber wir empfehlen auch die Große schon ab 6 Jahre. Die Große ist mehr die Armbrust und die Kleine halte ich doch mehr wie eine Pistole. Alles klar, wertiges, langlebiges Geschenk aus der Drachengrube. Ciao, ciao!